Hallo und herzlich willkommen bei BMG TV. Heute sind wir für euch unterwegs auf der Syndicate und ich habe mir mal gedacht, warum soll ich das alles hier alleine machen? Der Olli könnte mir ganz gut helfen und ich glaube, das macht er ganz gut. Olli, wo bist du gerade? Das ist der Syndicate 2013. Wir sind hier backstage und wir saufen jetzt erstmal richtig ein, weil wir fangen gleich an zu spielen. So, komm mal mit. Hier, schau dir das an. Wir trinken Red Bull. Wo ist mein Getränk? Hier. So Leute, gleich gibt es total Abriss. Ich bin noch nicht voll. Jetzt schon? Jetzt schon? Ja. Che de brunant. Kennt ihr das? Che de brunant. Ja? Das müsst ihr immer machen. Che de brunant. Komm, Roland, komm mit. Komm, komm, wir machen mal hier, was hier überhaupt alles drin ist. Guckt euch das an. Seht ihr das? Mixery, Desperados, Red Bull, Wasser, Zeug. Wir müssen jetzt richtig einen Truff machen und gleich feiern wir zusammen. So, ich bereite mich jetzt vor. Da gehen wir auf die Bühne und dann rocken wir das Ding richtig. Und dann machen wir gleich noch weiter ein schönes Video. Bis dann. Dann lass uns mal eine Runde feiern, oder? Und wir feiern jetzt endlich sich. Ja, 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 ja. Drin B. Ja, 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 ja. Ja, ja. Untertitelung. BR 2018 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 BMG! 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 Der absolute Wahnsinn, Leute! Syndicate 2013 BMG! Der Abriss überhaupt! Dankeschön! Clap your hands for BMG! No, that's not right. What are you talking about? Nein, 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 nein! Oli, bitte einen Kommentar! Der Stift schreibt nicht mehr, sag bitte! Der Bass muss ficken! 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 Was muss der Bass? Eskalieren! Den, 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 eskalieren, den, den! Der, 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 der... Ich geh Whisky holen, Alter, geh weg. Schreie, bleib, okay! BMG in den Haaren! BMG! Lüchte doch nicht! BMG! BMG! Also wir sind heute Abend an der Syndicate, Dani und ich. Und wir sind mit der Vicky und der anderen Jenny zusammen das schönste Blondinenquartett hier heute Abend. Also BMG haben gerade gespielt. BMG ist in der Haus! BMG ist immer in der Haus, weil BMG waren halt einfach die geilsten heute Abend. Und wir müssen jetzt mal ganz im Ernst sagen... Die allergeilsten! Sau-Schweine-Epper! Ja, und ja, mal ganz davon abgesehen, dass dieser dumme Spaß da hinten uns die ganze Zeit anklotzt, ja. Und ich gar nicht weiß, was ich da jetzt machen soll. Ich übergebe das Wort mal an dich, erzähl mal, wie war es heute Abend so? Oh, schwerprachial, schwerprachialer Abend. Also ich kann nur sagen, wer nicht hier war, hat was verpasst. BMG war göttlich. Korderkopf natürlich auch. Ansonsten reicht das Mikro mal weiter. Ja, also das Wort jetzt zur Viktoria. Also ganz ehrlich, das Set heute Abend war mal wieder mega geil von euch zwei. Einfach der Ultra-Hammer. Ihr habt mal wieder alles gerockt. Supergeil! Wuh! BMG, we love you! Hat wieder derbe gerockt, Syndicate 2013. Ich bin am Ende gerade aufgelegt. Die Leute waren der Wahnsinn. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ihr müsst es selber erleben. So, wir sind auf der Syndicate. Wir haben 20 vor 4. Wir sitzen hier auf der Couch. Wir haben beide unser Set hinter uns. Und war geil gewesen hier auf jeden Fall. Wir haben schon ein bisschen was getrunken, aber es ist ja normal, weil wir sind ja am Feiern. Richtig. Ja, ich sitze hier mit Pappenheimer. Mein Bruderherz. Und deine zweite Syndicate. Ja, ich war begeistert auf jeden Fall. Wie immer. Hat's gerockt? Ja, mein Floor war voll. Sehr geil. Sehr geil. Warst du nervös davor? Ein wenig, ja. Aber kein Scheiß. Doch. Ich war schon ein bisschen aufgeregt, aber ja, es läuft. Okay. Ja, jedenfalls. Sein Set ist super cool. Ich war auch kurz da gewesen. Leider nicht die ganze Zeit. Ich bin erst angekommen, aber war cool gewesen. Unser Set natürlich auch super schön. Dankeschön nochmal dafür. Was machen wir noch? Ja, wir schauen uns jetzt gleich noch den Danny an. Von Engelfist. Ja, genau. Den schauen wir uns nochmal an. Und dann? Und dann gehen wir saufen. Dann gehen wir saufen. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns nochmal. Herzlichst. Für diese schöne Syndicate. 2013. Genau. Keep rocking! DJ Falk in der Haus, aber auf der Syndicate meistens Backstage zu sehen. Ja, jetzt bist du mal rein. Alles gut. Ja, hier. Wir stehen hinter der Hardcore-Stage und hier ist der Falk. Guten Abend. Und alles gut bei dir? Ja, ich habe bisher noch keinen Schluck Alkohol getrunken, auch wenn es so aussieht. Ja, du bist ja nicht nur am Jägermeister saufen. Ja, ja, genau. Volles Werbevideo hier. Ja. Und wie sind die Cade heute für dich? Hammer. Es sind ja mehr Leute da als letztes Jahr und es werden jedes Jahr immer mehr. Sehr geil. Und, bleibst du noch die ganze Zeit hier? Na klar, wir feiern hier noch, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich komme auf jeden Fall auf dich zurück. Boah! Und, waaaah! Was war das denn jetzt? Weiß nicht. Irgendwelche. Es riecht komisch. Es riecht komisch. Es riecht komisch. Warte mal, ich muss sie mal abbrechen. Waaaah! Waaaah! Syndicate! Applaus für den Syndicate! Hier, Noi Suppressor! Hi! Waaaah! Syndicate! Syndicate! How about Syndicate for you? Insane! Syndicate 2013. Das ist es! Every Jahr get's better! 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 Syndicate kick ass! One more time! Thank you guys! Thank you! I know we bring some Jägermeister, huh? Keep rocking! Yes! For Syndicate! One for Syndicate! Here you go! We see us next year again, huh? See you next year, guys! Ciao, ciao! Noooo! 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 I think you're wondering what you're doing! Noooo!